Wissen ist der Hit. Kommt, singt alle mit. Blippi! Schaut mal, wo wir sind. Wir sind im Funtastic Playtorium in Bellevue, Washington. Zeit, ein bisschen Spaß zu haben. Hey! Hey! Wow! Schaut euch mal um! Wow! Guckt mal! Das ist ein Trampolin! Whee! Oh, was ist das? Wow! Ein Klavier! Oh, ein Klavier! Guckt mal hier! Wow! Hilfe! Ich habe gerade einen Looping gemacht. Schauen wir uns mal mehr lustige Sachen im Funtastic Playtorium an. Kommt mit! Wow! Schaut euch das an! Wow! Man tut Bälle hier rein und schaut zu! Hier herein! Wow! Bleib hier stehen! Bereit? Ja! Wow! 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 Okay! Was macht dieses Ding? Ein roter Knopf! Wow! Schaut euch das an. Bleibt mal hier. Es ist eine kleine Luftkanone. Das ist eine große Kanone. Kommt, wir packen einen Haufen Welle rein. Puh, versuchen wir es nochmal. Ich kann es anfassen. Ich komme ganz da oben ran. Okay. Bist du bereit? Wir müssen von drei runter zählen. Drei, zwei, eins. Genau. Okay, na los. Kommt mal mit. Wow. Es ist so bunt. Immer weiter. Wow. Dieser Würfel hat die Farbe Blau. Dieser Würfel hat die Farbe Gelb. Und dieser Würfel hat die Farbe Wurm. Oh, schaut mal hier. Ich drehe mich im Kreis. Wow. Wee. Ich bin echt schwindelig. Los, weiter. Schaut mal. Kommt her. Man muss auf den Stämmen bleiben. Man muss auf den Stämmen bleiben. Guckt mal. Da sind Alligatoren und Krokodile unten. Wow. Ich komme zu euch zurück. Okay. Dieser Zylinder hat ein paar Farben drauf. Er hat blau, grün und orange. Blau, grün und orange. Wow, das ist etwas richtig Stacheliges. Wow, schaut mal hier. Wow, weee! Okay, kommt, wir gehen hoch. Hier entlang. Oh, guckt mal, Treppen. Kommt, wir sagen die Farben. Grün, gelb. Grün. Gelb. Das federt hier voll. Kommt hier hoch. Schaut mal. Eine Rutsche. Okay, ich rutsche zuerst und dann ihr. Okay? Genau, gut gemacht. Bleibt hier. Ich rutsche gleich nochmal. Die Rutsche macht echt Spaß. Mal schauen, was da oben noch so ist. Kommt mit. Willst du auch hoch? Ja. Okay, jetzt gehen wir hier lang. Oh, guck mal. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Wow, die sind die Pyramiden. Seht ihr? Wow. Es ist eine blaue Pyramide, gelbe Pyramide, grüne Pyramide und orangene Pyramide. Wow, schaut den stacheligen Ballon an. Er hat die Farbe pink und weiß. Wow. Schaut mal, ein Clown. Wow. Eine rote Nase. Und der Clown ist blau. So wie ich. Wow, es ist irgendwie gruselig. Es ist durchsichtig. Wow. Noch mehr dieser Zylinder. Guck mal. Gelb und rot. Gelb, rot. Gelb, rot. Und was ist das hier drin? Das ist ein Spinnennetz. Wiii. Yay. Och, mein Bein steckt fest. Wiii. Wuhu. Wuhu. Oh, ich komm nicht raus. Ich versuch jetzt ganz doll raus zu kommen. Wuhu. Oh. 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 Geh wieder zurück. Das ist richtig bunt. Wow. Guckt mal. noch ein stacheliger Ball. Tunnel. Boah. Er hat mich erwischt. Okay. Schaut mal hier. Wollt ihr zuerst? Es ist ein Tunnel. Ihr könnt zuerst. Gut gemacht. Okay. Ich komme. Wir haben es geschafft. Boah. Schaut mal. Genau. Da ist ein Haufen grüner Bänder hier. Und dort ein Haufen bunter Seerosenblätter. Bleibt auf dem Grün. Ich steck fest. Ich komm nicht mehr raus. Okay. Bleibt da. Und ich geh voraus. Zu der Rutsche. Ich geh zuerst. Okay. Es ist eine große blaue Rutsche. Okay. Ihr seid dran. Na los. Genau. Gut gemacht. Kommt. Wir gehen zurück zu dem Bereich mit den Bällen. Es hat Spaß gemacht. Seht ihr? Hier sind gleich die Kanonen. Man drückt den Knopf hier. Wow. Willst du spielen? Ja. Komm wieder hier raus. Wir müssen die Bälle hier zurück tun. Geht dorthin. Und schaut hoch. Ich lass die Bälle auf euch fallen. Kommt hierher. Los. Ich lass die Bälle runterfallen. Genau. Los geht's. Ja. Wow. Los. Ja. Wow. Das hat echt Spaß gemacht. Im. Wow. Im Fantastic Playtorium in Bellevue, Washington. Wissen ist der Hit. Kommt, singt alle mit. Vielen Dank an das Fantastic Playtorium von Bellevue, Washington.